Was geht ab, Leute? Heute gibt es in Stumbleguys eine geisteskranke Challenge und zwar mit dem Lukas. Moin moin, was geht, Freunde? Was geht ab, Lukas? Und zwar dürfen wir heute keine Abkürzungen machen, außer man ist in einem Überlebensspiel, wie zum Beispiel Botbash oder Lavaland natürlich. Emotes sind erlaubt, ja, Hacks sind nicht erlaubt. Wir dürfen keine Abkürzungen nehmen. Das heißt, bei Superslide ganz normal die Rutsche runterrutschen, ohne irgendwie eine Kurve zu überspringen. Wir gehen rein, wir haben verschiedene Lobbys, das wird geisteskrank. Mal schauen, wer am Ende gewonnen hat. Let's go! Meine Adventskalender sind ab jetzt erhältlich, Leute. So sieht das Haus dann aus mit dem neuen Merch-Design. Link ist in der Videobeschreibung. Gönnt euch meinen neuen Adventskalender. Okay, Leute, es geht los. Ohne Abkürzung ist tatsächlich ungewohnt auch, bin ich dir ehrlich? Ja, ich glaube, man muss echt sogar jetzt so richtig umdenken, ne? So gerade bei Superslide oder so oder Lost Temple, da geht man ja eigentlich immer die Abkürzung. Richtig, richtig. Das sind nämlich so Maps, Leute, wo es gar nicht so einfach ist. Was hast du für eine Map am Anfang jetzt? Ich habe Pivot-Push jetzt, also geht eigentlich. Okay, ich habe Humble Stumble. Das ist ganz okay. Ich glaube, da gibt es nicht wirklich Abkürzungen. Ah, doch, bei Humble Stumble vielleicht da über dieses Teil, was sich so dreht. Ich habe auch wirklich keine Abkürzungen hier. Also ich bin auch bei Humble Stumble gerade. Okay, so. Sack. Okay, also lief, für die erste Runde lief es richtig gut eigentlich. War okay, war okay. Oh, du bist schon fertig sogar? Ja, ja. Ach, krass. Ich bin fertig. Okay. Aber das Problem wird sein, wenn wir im Finale ein Rennspiel haben, wie Jungle World oder so, dann ist es vorbei. Ja, okay. Ich bin jetzt auf jeden Fall. Oh, ich wurde nochmal weggekickt. Ah, ich bin weiter. Okay, das dachte ich mir auch schon. Das dachte ich mir schon. Also Leute, es wird sehr, sehr spannend, wie viele Kronen dann einer hat am Ende. Wir machen drei volle Spiele. Boah, ist schon hart. Also wenn man Glück hat, kommt ja sowas wie Laser Tracer, wo es halt nicht so Abkürzungen gibt, ne? Dreimal darfst du raten, was bei mir kommt. Laser Tracer? Stumble, Sacko. Oh. Spielst du das dann jetzt, ne? Ja, muss ich spielen, Leute. Oh, oh, oh. Kann sein, dass ich jetzt hier rausfliege. Boah, mal schauen. Aber ist dann halt so. Und ich darf nur drei Runden machen. Also Lukas auch drei Runden maximal. Aber wir gucken mal. Wir werden das Ganze natürlich cutten. Oh. Oh, Tilefall habe ich. Das ist eigentlich, hier gibt es eigentlich gar keine Abkürzung. Ja, doch, doch ein paar. Ein paar gibt es. Meinst du, wenn man am Ende natürlich einen Block überspringt oder so? Ja, wenn man bei dem roten Dinger die Blöcke überspringt oder so. Ja. Das da halt. Zwei, drei gibt es da, aber kommst auch ohne durch. Muss man sagen. Junge, die hocken da zu acht im Tor. Was ist mit denen denn falsch hier? Spiel in Defensiv. Nee, Unwitz. Abgrundtiefel, Junge. So. Ich weiß nicht, was die hier sich gedacht haben. Boah, hier geht niemand gerade so nach vorne. Alle chillen hier einfach. Komm schon, ja. Da ist das zwei, drei zu null für Team Blau. Also ich glaube, ich bin weiter gleich. Uff, Digga, ich bin weiter im Finale. Alter, war das so knapp. Digga, das war so knapp. Du bist schon im Finale, also. Ja. Boah, jetzt. Schon mal nice. Boah, wenn jetzt was kommt, wo man halt nicht so krasse Abkürzung hat, das wäre perfekt. Bin mal gespannt. Sag mal, was du kriegst da. Ja, und. Oh, Blockdash. Oh. Das ist, ähm, ja gut, was heißt Abkürzung? Du darfst halt diese Spikes nicht berühren. Also halt diese Abkürzung mit den Spikes machen. Oh ja, die geht nicht, natürlich. Sonst darfst du alles machen, ja, weil es ist ja eine Abkürzung oder halt ein Trick, weißt du? Genau, genau. Ich glaube, das ist auch das Einzige, was da so eigentlich geht, ne? Genau, ja, ja, ja. Vom Ding her. Doch, und außer die Blöcke sind ganz am Ende auch fast unten und dann springst du noch so drauf. Das geht, das geht auch nicht. Hm, ja. Aber sonst darfst, ja, das mit den Spikes halt nicht. Das stimmt. Mal gucken, was ich jetzt kriege. Okay, ich probiere auf jeden Fall mal mein Bestes. Weißt du, was ich bekomme? Unser Lieblingsspiel, Lukas. Oh, Laser Tracer. Laser Tracer, ja, Mann. Oh, ja, das ist nice, das ist nice. Wir lieben das Spiel. Das hätte ich lieber jetzt als Blockdash, aber... Safe. Ich könnte den ganzen Tag Laser Tracer spielen, ich liebe das Spiel. Ja, das ist echt geil. Hast du so geil gemacht, Junge. Was für einen Skin spielst du eigentlich gerade? Äh, ich spiele jetzt immer noch diesen neuen Special Skin, den lilanen. Hm, ich spiele gerade den Dragon, Inferno Dragon, nach langer Zeit. Der ist sehr nice, das ist eigentlich mein Lieblingsspecial Skin sogar. Ja, der ist richtig cool. Let's go. So, okay. Bei mir sieht's, ja, ganz gut aus noch. Mhm, mhm. Also bei mir sind wieder gute Suchtis am Start. Sehr gute Suchtis. Darfst nicht vergessen, Emotes sind erlaubt, ne? Genau. Du, alles, das darfst du machen, ne? Emotes verwende ich hier schon fleißig. Das ist gut, das ist gut, Leute. Wir wollen natürlich hier gewinnen. Die Kronen abstauben. Bei mir ist erst einer raus bei Laser Tracer. Es ist eine spannende Runde. Ach, zwei jetzt sind gut. Ohoho, nein, jetzt kommt die Stelle mit den Spikes. Und damit bin ich raus. Also ich sag dir ehrlich, das ist schon assi bei dir gewesen jetzt. Also, ohne Abkürzung mit Spikes oder Tricks, sehr, sehr schwierig dazu. Soll ich direkt reinstaßen dann, oder? Ja, 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 safe, safe. Boah, das war ärgerlich. Ich hätte natürlich die Abkürzung nehmen können, wenn es erlaubt wäre. Nein, nein, nein. Oh. Wie dumm war das denn, Digga? Oh, bist du raus? Ja, Mann, das war wirklich jetzt. Das war so schlecht, Digga. Okay, okay. Du bist die Hand ausgerutscht, als ob Gelee drauf ist. Du hast einen Gefettfinger, meinst du? Ja, Junge. Ich will jetzt mal eine zweite Runde sehen. Okay. Und ich krieg auch noch finale Laser Tracer. Besser geht's nicht, Digga. Oh. So, ja gut, ich start jetzt wieder rein. Ich war eben, also, ich war quasi Platz 2, weil ich halt diese Abkürzung nicht nehmen durfte. Das ist echt ärgerlich. Alles gut, ich bin auch bei Flo-Flip grad. Unsere Lieblings-Map hier. Oh Gott, nein, 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 nein. Okay, ich hab's geschafft. Das war gut. Komm schon, Dragon. Einen Win muss ich holen. Das kannst du halt echt nicht erzählen, wenn ich keinen Win hole. Ja, drei Runden ist natürlich nicht viel, sag ich mal. Also, vor allem auch, weil man die Abkürzung quasi natürlich nicht nehmen darf. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall schon mal im Halbfinale wieder. Okay, okay, okay. Ich jetzt auch gleich, hoffentlich. Ja. So, okay. Bin schon mal durch. Nice, nice, nice. Okay. Was für ein Game kriegst du? Mach schau, mach schau, was ich jetzt nächstes kriege. Okay. Okay. Oh! Das war's. Ai, 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 ai. Junge. Wenn du hier rausfliegst, dann hast du noch eine Runde. Ja. Stimmt. Aber wir haben direkt das 1-0. Oh, 2-0 schon. Für dich? Ja. Junge, Alter. Das ging übelst schnell. Ich glaube, das waren in so zwei Sekunden schon mal zwei Tore. Aber ich bin Team Blau. Team Blau. Okay, Team Blau. Jetzt auch im Halbfinale, Leute. Ach, ich bekomme Blockdash. Aber Halbfinale wenigstens. Das ist gut, Halbfinale. Ja, ja, das stimmt. Also gut, in Stumblezoccer gibt es keine Abkürzungen, würde ich jetzt mal sagen. Nee, da kannst du machen. Da kannst du alles machen. Oh mein Gott, es steht jetzt aber 2-2. Dann wird es knapp. Ich weiß auch gar nicht, man kann doch dieses Spiel gar nicht beeinflussen so richtig, habe ich den Eindruck immer. Nee, kann ich auch nicht. Also wenn du wirklich ein blödes Team hast, dann ist es vorbei. Tatsächlich. Okay. Oh, ich hätte fast den Löwen rausgehauen. Ist ja knapp. Okay, 3-2 für uns. Gibt es sehr gut. Boah, gibt es jemanden, der das gerne spielt? Gibt es jemanden? Ich glaube schon. Also so kacke ist es nicht. Es geht halt zu lang vielleicht. Ja, das stimmt. Finde ich auch. Okay, Finale ist bei mir jetzt. Du bist noch bei Stumblezoccer, glaube ich. 19 Sekunden. Also noch liegen wir zum Glück vorne. Das ist gut. Oh, 4-3 für uns. Oh, 4-3 für uns. Boah, Honeydop-Finale bei mir. Ist gut. Kann ich keine Abkürzung nehmen. Nein! Was? Verloren. Laber nicht. Echt jetzt? 5 zu 4 verloren in den letzten 2 Sekunden. Das ist kein Spaß. Okay, das heißt, ich habe noch eine Runde, ne? Ja, ich danach auch jetzt. Du kannst auch schon rein starten. Mann, ist das ärgerlich. Mann, ist das ärgerlich. Das ist halt echt krass, obwohl ihr wirklich heftig in Führung wart. Ja, also... Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Sehr, sehr ärgerlich. Ich muss auch erstmal Honeydop gewinnen hier. Ist auch nicht so einfach. Boah, Honeydop, ey. Mal gucken. Boah, okay. Also, ich will jetzt auf jeden Fall aber den Win holen. Sei ich dir ehrlich. Oh Gott, oh Gott. Junge, ich wäre gerade fast rausgeflogen bei Honeydop. Ey, nee. Hör mir auf. Höh? LOL. Komm, 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 komm. Ich habe den Checkpoint nicht bekommen. Komm, als ob. Jawohl. Ich habe den Win bei Honeydop geholt. Oh, das ist stark. Ja, letzte Runde jetzt hier, Leute. Jetzt ist es nochmal richtig spannend. Ich weiß nicht, ob Lukas echt keine Krone hat. Das weiß ich nicht. Man kennt ihn ja als kleinen Hochstapler hier. Was soll das denn jetzt heißen? Das ist nicht als Hochstapler, sondern als kleine Schlitzohr hier. Okay, let's go, bin weiter. So wie bei unserer Aufnahme mit den Kronen, da sagt er mir, ihr habt drei, vier Kronen. Da hast du mich echt tops genommen. Ja? Das war, sorry. Ja, ja, ja. Kommt ja gerne mal abchecken, Leute. Das haben wir bei Lukas gemacht. Das war eine richtig geile Aufnahme. Das stimmt. Okay. Das war richtig krass. Also ich bin jetzt im Halbfinale. Oh, Space Race, Halbfinale. Okay, weiß ich ja nicht. Nein, hier darf ich keine Abkürzung nehmen. Hier muss ich normal spielen. Mhm. Hier ein Splash. So, zack. Einmal rechts rum. So. Zack. Okay. So, jetzt bin ich auf dem Kometen drauf. Okay. Oh, oi, oi, oi. Okay. Bist du schon im Finale oder Halbfinale? Äh, Halbfinale, Space Race. So, jetzt jump ich hier gerade auf die Plattformen. Let's go. Okay, okay. Oh, man, ich bin echt gespannt. Ich glaube schon, dass du eine Krone hast oder so. Also ich glaube nicht, dass du keine Krone hast, Leute. Ihr seht es ja schon vor mir. Guckt mal. So, zack. Einmal hier in den Studel rein. Hoffentlich habe ich jetzt richtig getippt. Und... Oh, ja, okay, passt, passt. So, dann im Finale jetzt. Äh, bitte. Ich bin jetzt im Halbfinale. Was kriegst du im Finale im letzten? So, sind sie gerade 6 von 8 qualifiziert. Oh nein, Bro, Lost Temple ohne Abkürzung. Willst du mich verarschen? Oh, ich glaube, das ist unmöglich, oder? Bro, das ist unmöglich zu gewinnen. Ich glaube, Real Talk. Ich muss den normalen Weg gehen. Das ist ja wirklich unmöglich. Also Real Talk. Ich muss den normalen Weg gehen. Ich darf keine Abkürzung nehmen. Okay, so. Stark. Und ich werde erstmal hier abgedingert, ja. Jetzt auf jeden Fall Finale. Digga, oh mein Gott, Leute. Ohne Abkürzung ist Lost Temple andersher. Uh, Lavaland, okay. Oh mein Gott. Lavaland ist ganz nice. Zum Glück war das nicht Finale hier, das Ding. Äh, äh, Lost Temple. Naja, das stimmt. Das wäre echt assi gewesen. Aber, ich glaube, ich habe es tatsächlich geschafft ohne. Nice, habe ihn runtergeboxt. Ohne Abkürzung. Oh mein Gott, das wird knapp, Leute. Das wird knappes Ding. Oh, und wir sind durch. Oh mein Gott, das ist im Finale. Alter, alter, alter. Das wird sehr, sehr knapp. Okay, was kriegst du im Finale? Wählt jetzt aus bei mir. Ja, also wenn ich das gewinne, dann bin ich zufrieden mit den Kronen, die ich habe. Wenn ich das gewinne. Dann hättest du zwei von drei, das wäre übelst krass. Ja, also wenn ich das gewinne, hätte ich zwei. Aber, mal schauen. Du bist schon fertig? Äh, nee, Lavaland noch gerade. Ah, okay, sorry, ja. Ja, Bro, ich bekomme Blockdash. Oh. Ja, kommt drauf an, was du halt für eine Lobby hast, ne, sag ich mal. Ja, ich darf keine Stacheln, den Trick mit den Stacheln machen. Ich muss versuchen, die Leute wegzuboxen, anders geht's nicht. Oh, Leute, das ist echt risky, was ich mache. Aber nur so kann ich gewinnen. Oh. Oh, okay. No. Oh, nein, 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 nein. Der hat mich, der hat mich umarmt. Okay, das sind Suchtis, die haben alle Special Skins und so hier. Oh, nein, nein. Ich bin gerade richtig auf Schlägerei aus bei mir. Ja, muss, anders geht's nicht. Ja, ich bin fertig. Okay. Oh, mein Gott, okay. Ich bin mal gespannt, wie viel du geschafft hast. Ja, bei mir ist erst einer draußen. Erst zwei sind draußen jetzt. Das gefällt mir gar nicht. Oh, jetzt sind mehr draußen. Vier sind draußen. Das könnte vielleicht... Nein, ich wollte ihn in der Luft erwischen. Oh, nein. Okay. Ja, ich habe einen weggehauen. Oh, okay. Nein. Nein, ich habe verloren. Oh, okay, okay. Okay, also. Wir sagen auch, wie bei dir gleichzeitig auf 3, 2, 1, so viele Kronen wir haben. Okay. 3, 2, 1, 1. Nee, Digga, also war ganz, ganz schlimm. Passiert. Passiert, passiert, passiert. Da habe ich ganz knapp gewonnen, Leute. Aber ich bin ehrlich, in drei Runden ist es auch schwierig, viele Kronen zu machen. Das ist echt schwer, auf jeden Fall auch ohne Abkürzung. Sehr, sehr schwer, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, checkt auf jeden Fall gerne Lukas ab, da haben wir ja generell ein Video auch aufgenommen. Ja, Mann. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, war richtig krass. Bis dann und ciao, ciao. Ciao, ciao.